Heute schauen wir uns 10 Highflyer aus der Corona-Zeit an. Was aus ihnen geworden ist und ob es sich lohnt, jetzt einzusteigen? Warum ist es immer interessant, sich mit ehemaligen Highflyern zu beschäftigen? Naja, vielleicht könnten die wieder zur Altergröße aufsteigen. Wir haben hier zum Beispiel Cisco. Cisco, ein Netzwerkausstatter, war in der Dotcom-Bubble bei 82 Dollar, also sehr weit oben. Und wir sehen jetzt, das sind 24 Jahre vergangen, ist diese Aktie immer noch nicht auf dem Level, wo es vor 24 Jahren die Aktie war. Das zeigt natürlich auch, wenn ich zu solchen utopischen Preisen hier kaufe, kann es auf der einen Seite sehr lange dauern, bis ich die wieder erreicht habe oder es kann durchaus vorkommen, dass ich die gar nicht mehr erreiche. Und Telekom, Deutsche Telekom, ist ja ein ähnliches Beispiel. Wir waren hier im Hoch, also in der Hochphase bei über 100 Euro und haben jetzt noch nicht einmal ein Viertel davon erreicht. So, die erste Aktie, die wir uns anschauen, ist Zoom. Zoom ist Videokommunikation, hat natürlich in Corona-Zeiten profitiert, hat genau in die Zeit reingepasst. Und da war es so, ich habe es nochmal hingeschrieben, dass das Drawdown, also vom Hoch zum Tief, minus 90 Prozent war, also hast du Verlust gemacht. Der Peak, also die Market Cap, was das Unternehmen mal wert war, war bei 162 Milliarden Dollar und liegt heute bei 18 Milliarden. Und das Price-to-Sale-Ratio, das heißt Umsatz zu Marktbewertung, war damals im Hoch bei 115,5 Prozent. Und das kannst du dir schon mal merken, solche utopischen Bewertungen, da solltest du nie in so ein Unternehmen reinschauen. Wir schauen uns mal, wie es fundamental da ausschaut. Wir sind hier, wir haben Umsatzwachstum, aber in den letzten Jahren rückläufig. Das letzte Jahr 1 Prozent Umsatzwachstum. Und was auch relevant ist, ist das Unternehmen Free Cash Flow. Positiv, das ist es. Wir haben im letzten Jahr 25 Prozent Free Cash Flow. Das Problem bei Zoom ist allerdings, ob es überhaupt zukunftsfähig ist und wieder wachsen kann. Da fehlt natürlich jetzt die nächste Story. Cash haben wir eine ganze Menge. Wir sind über fast 7 Milliarden in Cash im Unternehmen. Damit kann man natürlich einiges anfangen. Und das Returnal Capital Employee liegt bei 6,43 Prozent. Das wäre mir jetzt niedrig. Deshalb würde ich da nie rein investieren. Für mich persönlich ist die Aktie nichts. Entertainment hier, keine Empfehlung. Aber es ist auf jeden Fall eine von denen, die wirtschaftlich ist. Das nächste Unternehmen ist Lemonade. Lemonade hat ein ganz interessantes Geschäftsmodell. Durch künstliche Intelligenz bieten die individuelle Versicherungspolizen und leiten das dann weiter an Versicherungsgesellschaften. Im Hoch habe ich mir aufgeschrieben. Also Drawdown, der Verlust 91 Prozent hoch zum Tief. Der Peak lag bei einer Marktbewertung von 10,4 Milliarden Dollar. Heute bei 1,2 Milliarden. Und am Hoch hast du ein Preis-to-Sales-Ratio von 70 bezahlt. Und schauen wir uns das Ganze mal fundamental an. Und da sieht es schon gut aus. Also wir haben hier tolles Umsatzwachstum. Im letzten Jahr 40 Prozent. Wir sind hier zum ersten Mal EBDA-positiv. Das gefällt mir gar nicht. Wir sind Free Cashflow negativ. Von daher würde sich das Unternehmen für mich nicht darstellen. Gewinn pro Aktie immer noch negativ. Cash haben wir aktuell 937 Millionen. Also das ist safe. Es werden weiter Aktien herausgegeben. Gefällt mir gar nicht. Und wir haben kein positives Return on Capital Employed. Deshalb wäre Lemonade für mich auch kein Investment wert. Das nächste Unternehmen ist Fiverr International. Ein israelisches Unternehmen. Und das hat auch sehr gut in die Corona-Story reingepasst. Die bieten Freelancer an auf einer Plattform, die du für diverse Aufträge buchen kannst. Und hier war es auch so, dass der Drawdown bei minus 92 Prozent lag. Vom Hoch zum Tief. Wir hatten mal eine Marktbewertung von 11,4 Milliarden. Heute liegt es bei 870 Millionen. Und eine Preis-to-Sales-Ratio von 55. Schauen wir uns mal an, wie das so wirtschaftlich gearbeitet hat. Bei Pfeiffer muss ich dazu sagen, bin ich selber investiert. Ich habe Gott sei Dank nicht da hoch gekauft. Ja, es wächst im letzten Jahr 7 Prozent. Wir hatten mal ganz andere Wachstumsraten. Das geht zurück. In den letzten zwei Jahren war es bei 10. Im letzten Jahr bei 7,12. Also das ist auch das Problem der Story des Unternehmens. Wir sind immer noch EBDA-negativ. Wir haben zum ersten Mal im letzten Geschäftsjahr einen positiven Gewinn pro Aktie bei 9 Cent. Wir sind schon seit mehreren Jahren Free Cashflow-positiv, was natürlich sehr gut ist. Das heißt, das Unternehmen wird nicht zu schnell pleite gehen. Das ist ein bisschen bedenklicher. Wir haben Cash 418 Millionen und 450 in Debt, also in Schulden. Das Unternehmen hat sozusagen kein starkes Balance-Cheat. Die haben jetzt auch eine Akquisition gemacht. Das muss ja auch wieder finanziert werden. Und es werden auch nach wie vor Aktien herausgegeben. 6,23 mehr Aktien im letzten Jahr. Stock-based Compensation sind natürlich wieder problematisch. Und bedeutet natürlich, deine Rendite als Aktionär wird verwässert. Und ich habe hier ein negatives Return on Capital Employee, deshalb würde ich hier nicht zukaufen. Das nächste Unternehmen, Upstart Holdings. Das sehen wir auch. Das war mal sehr stark bewertet. Hier ist es so, Upstart Holdings vermittelt Kredite und nutzt hier auch KI, um hier Einschätzungen von Kundschaft zu machen, um das dann entsprechend an Banken und Kredite ins Tude weiterzugeben. Für diesen Service bekommen die dann auch Gebühren. Der Drawdown war maximal hier minus 91 Prozent. Im Peak war das Unternehmen 30 Milliarden wert. Heute 3,3 Milliarden. Und eine Preis-to-Sales-Vatio von 39 existierte am Hoch. Wir schauen uns mal an, wie es gewirtschaftet hat. So wie es denn hier. Wir haben am Hoch 853 Millionen in 2022. Und seitdem geht es runter. Minus 40 Prozent im letzten Jahr. Schon mal Alarmsignal. Beim EBITDA wird es auch wieder schlechter. Gewinn pro Aktie seit zwei Jahren negativ. Obwohl mal zwei Jahre vorher positiv. Free Cashflow negativ. Sehr gefährlich. Und wir haben eine Überschuldung. Wir haben hier 368 in Cash und 1,17 in Schulden. Und wir haben ein negatives Return of Capital Employed. Davon würde ich die Finger lassen. Das nächste Unternehmen ist SoFi. Bin ich übrigens selber investiert. Kleiner Disclaimer. Und zwar haben die eine Plattform geschaffen. Eine App, wo du alle Bankdienstleistungen machen kannst. Studentenkredite, Auto kaufen kannst, Finanzierungen. Als Broker das Ganze nutzen kannst. Und deren Ziel ist es tatsächlich, das Amazon der Finanzbranche zu werden. Und die haben auch einen sehr charismatischen mit Anthony Noto einen sehr charismatischen CEO, der auch eine Vision hat, die ich ihm durchaus zutraue, dass er die umsetzen kann. SoFi hat einen maximalen Drawdown von 73% vom Hoch zum Tief generiert in der Zeit. Wir hatten am Peak eine Marktbewertung von 19 Milliarden, liegen heute bei 7,5 Milliarden. Und eine Preis-Sales-Ratio von 9. Wir sehen hier, ist nicht ganz so brutal die Überbewertung wie bei den anderen Unternehmen gewesen. Wir sehen hier das, da gehe ich mal ein bisschen tiefer rein, dass wir hier sozusagen eine lange Entwicklung haben von Dezember 2022, eine lange Aufwärtsentwicklung. Und Ende haben wir trotzdem hier eine Aufwärtsentwicklung. Und das Problem ist, das Unternehmen ist, oder der Markt weiß nicht, wo er das einordnen soll. Ist es ein Fintech? Ist es eine reine Bank? Deshalb gibt es da unterschiedliche Bewertungsformen. Da muss man natürlich an die Story glauben, wenn man da rein investiert. Ich glaube an die Story. Und was hier entscheidend ist, zeige ich dir gleich, warum ich an die Story glaube. Das eine ist der Kurs. Und der ist ja bei Sofa hier immer ärgerlich, wenn man das so sieht. Dann geht es mal nach oben, geht es wieder nach unten. Das ist immer ein bisschen frustrierend. Aber das Underlying Business, also das Business in sich selbst, wie arbeitet das? Und das ist bei Sofa wirklich beeindruckend. Wir haben hier eine krasse Umsatzentwicklung von 2018 von 269 Millionen auf jetzt aktuell über 2 Milliarden. Kontinuierlich. 30 Prozent im letzten Jahr. Wir haben, und das ist entscheidend da, die Members, also die, die sozusagen fest auf der Plattform sind und die regelmäßig nutzen, von 976.000 in 2019 auf 8,77 Millionen aktuell gesteigert. Das ist entscheidend. Das ist ein Netzwerk, was sich hier auch baut. Das ist ein Network-Effekt, weil das Ganze wie eine Plattform wirkt. Das hat bei Amazon und solchen Plattformen ja auch immer wieder. Und entscheidend sind auch die Produkte, die da hat. Und zwar gibt es einmal ja diese Financial Services und dann die Landingprodukte sind ja die Kredite. Und oft wurde gesagt, ja, die haben viel Kreditbegeschäft, aber wir sehen hier, und da sehen wir, dass wir tatsächlich bei den Financial Services am stärksten sind. Und wir haben ja ein wunderbares Wachstum. Sowas will ich sehen. Also auch da ein Check. Bei der EBDA sind wir noch negativ. Beim Free Cash Flow, da scheinen wir den Turnaround erreicht zu haben in 2023. Beim Gewinn pro Aktie sind wir noch negativ. Man rechnet aber damit, dass im nächsten Quartal das Ganze positiv wird. Und dann Cash gegen Schulden. Liegen wir aktuell bei Cash 4,16 Milliarden und Schulden 5,11. Obwohl das wie eine Bank ist, das muss man natürlich ein bisschen anders bewerten, weil die ganz andere Hebel haben, wenn die Cash haben, was dann als Ende, als Kredite herausgegeben werden kann. Ich bin ja investiert. Ich habe vor zwei Wochen auch erst aufgestockt. Sofa ist für mich ein Rising Star. Mein Portfolio besteht jetzt im größten Teil aus zuverlässigen Compoundern. Aber ich habe ja so ein paar Unternehmen drin, denen ich große Chancen ausrechne. Und ich hatte damals 2011 in meinem Bekanntenkreis schon gesagt, weil ich mal gefragt wurde, welchen Aktien ich sehr große Zukunft ausrechne. Drei genannt. Das eine ist Palantir, das andere war Himson-Hörsen, das andere war Sofa. Alle drei halte ich. Dann als nächstes Roku. Roku ist ein Streaming-Anbieter. Um genauer zu sein, er stellt Geräte her, Streaming-Geräte, schließt du an den Fernseher an und die verdient einmal an der Hardware, also an dem Streaming-Gerät und an der Werbung, weil die kannst du Werbung da ausspielen, was mit angezeigt wird. Und das ist deren Einnahme. Das Drawdown war hier auch bei 88%. Im Peak war das mit dem 63 Milliarden Wert, heute 8,5 Milliarden und Preis-to-Sales-Ratio am Hoch bei 33, also sehr stark bewertet. Und auch hier sehen wir wunderbar zuverlässige Umsatzentwicklung hier. 11,45% im letzten Jahr. EBDA leider negativ letzten zwei Jahre. Free Cashflow, ja, ist immer auch wieder positiv. 173 Millionen im letzten Jahr. Gewinn pro Aktie zwei Jahre negativ. Sowas liegt natürlich auch hier an diesen brutalen Stock-Based-Compensations, die wir ja auch hier wieder haben. Wir sehen Free Cashflow 173 Millionen, aber Stock-Based-Compensation 370. Das heißt, am Ende du als Aktionär zahlst 200 Millionen drauf, weil du verwässerst wirst, nämlich dadurch hier, durch herausgegebene Aktien. Und ja, was die Bilanz angeht, steht super da. Wir haben ja in Cash 2 Milliarden, damit lässt sich viel arbeiten. Man könnte ja auch Aktien hier günstig aktuell zurückkaufen. Das wäre zum Beispiel mal eine Maßnahme, um den Wert des Unternehmens an der Börse auch zu steigern. Return of Capital Employee immer noch negativ, gefällt mir gar nicht, würde ich die Hände davon lassen. Das nächste Unternehmen Open Door. Open Door hat ein tolles Geschäftsmodell. Und zwar ist Open Door eine Technologieplattform. Also die haben eine Website, wo du Immobilien kaufen kannst, aber auch verkaufen kannst. Aber das Grandiose ist, das ist nicht wie bei uns bei Immobilienscout, dass da irgendeiner seiner Immobilien hinstellt, sondern die verkaufen und ankaufen direkt. Also du verkaufst direkt an Open Door und die verkaufen deinen Kunden weiter. Du kannst auch von denen direkt kaufen. Die kaufen sozusagen immer die Immobilien an. Das ist ein ganz anderes Geschäftsmodell. Ich weiß, damals zu Corona sind viele Makler in den USA auf die Straße gegangen und haben natürlich gesehen, oh, ihr Geschäft könnte disruptiert werden durch diese Plattform. Das hat sich jetzt natürlich ein bisschen gegeben, weil hier natürlich auch das Unternehmen um 95 Prozent abgestürzt ist. Im Peak war das Unternehmen 20,7 Milliarden wert, heute 1,2 Milliarden. Ja, der Preis zur Sales Ratio war selbst am Hoch nur bei 2,87, was an der Stelle für eine krasse Unterbewertung des Unternehmens spricht. Das ist für mich eine Wette, die ich laufen lasse bei mir unter Moonshot. Das kann schief gehen. Also da habe ich tatsächlich hier am Tief, war die bei 1,56 oder so, da habe ich ein paar Aktien gekauft, wieder bei 600 Euro, oder was ich da reingesteckt habe. Kann daneben gehen, aber da sehe ich auch eine große Chance, wenn das Unternehmen wieder nach oben kommt, denn dieser Markt ist ja gigantisch. Der Immobilienmarkt gibt in die Billionen. Das heißt, wenn es denen gelingt, einen Turnaround zu schaffen, wir schauen uns mal das Ganze an, dann kann dieses Unternehmen tatsächlich nochmal einen großen Sprung machen. Aber wie gesagt, ich empfehle das nicht. Das wäre nur eine Zockerei. Wir sehen hier die Umsatzrückgänge natürlich. Klar, die müssen jetzt natürlich dann auch sparen. Wir hatten dann hoch 15,57 Milliarden Umsatz und dann hat sich das Ganze halbiert. Das wirkt sich natürlich beim EBITDA auch aus, obwohl es das halbwegs in den Griff bekommen mittlerweile. Wir haben hier nie einen positiven Gewinn pro Aktie gehabt. Free Cashflow ist immer positiv. Wir haben auch mehr Free Cashflow als Stock-Based Compensation in 2023, 2,31 Milliarden Free Cashflow. Jedes Unternehmen, das Free Cashflow positiv ist, geht jetzt mal nicht so schnell pleite, was man schon mal da sagen kann. Und was wir hier so sehen, Cash zu Schulden. Wir haben hier Cash 1,6 Milliarden, Schulden 2,49, wobei das wie gesagt auch Immobilien sind. Das muss man ein bisschen differenzieren. Das sind ja keine Konsumgüter, die die halten und die Immobilien stehen natürlich auch mal Werte gegenüber. Wir haben hier auch kein positives Paternical Capital Employed und Aktien werden weiterhin herausgegeben und das Ganze verwässert natürlich auch den Wert im letzten Jahr um 4,78 Prozent. Wie gesagt, das ist nur für mich persönlich, ist für mich eine Moonshot-Wette, würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Das nächste Unternehmen, Etsy. Etsy war ein Online-Marktplatz oder ist ein Online-Marktplatz für selbstgemachte Güter, also so war es damals zu Corona-Zeiten, also Handmade-Produkte, verdient gebührend durchs Listing, ähnlich wie bei Amazon, haben auch einen maximalen Drawdown von 82 Prozent. Am Peak waren die mal 38 Milliarden wert, heute 6,2 Milliarden und am Hoch hatten die einen Preis zu Sales, wo ich schon von 7 gehabt. Ein starker Absturz, aber Etsy steigert seine Umsätze ziemlich sicher, 7,1 Prozent im letzten Jahr. Wir haben einen positiven Gewinn pro Aktie, wir haben zuverlässige Free Cash Flows hier, selbst wenn wir die Stock-Based-Compensations anschauen, die steigen an, das gefällt mir natürlich nicht, aber trotzdem sind die Free Cash Flows da, aber sie wachsen halt auch gar nicht mehr. Du kannst die Linie ziehen, ein bisschen oben nach unten, aber sie wachsen nicht mehr an. Das Balance-Sheet, wir haben in Cash 1,1 Milliarden in Schulden 2,28. Es wurden im letzten Jahr weitere Aktien herausgegeben, Verwässerung von 10,54 Prozent und das Returnal Capital Employee liegt bei 14,7 Prozent. Für mich persönlich wäre die Aktie nichts, aber für jemanden, der auf alte Zeiten wetten möchte, der kann sich die mal genauer anschauen. Der nächste Paladin, Paladin waren diese Heimtrainer mit einer Art von Netflix, wo du deine Trainer buchen konntest, du hast ein Abo bezahlt, das kam natürlich zu Corona-Zeiten super an, aber seitdem geht es bergab. Wir hatten hier einen maximalen Drawdown von minus 98 Prozent. Wir hatten am Peak eine Marktbewertung von 49 Milliarden, heute 1,2 Milliarden und einen Preis-Sales-Ratio von 19,6. Das war mal der Darling der Corona-Zeit, weil jeder zu Hause trainiert hat, weil wir ja alle zu Hause bleiben mussten. Wir tuckern es dann dahin. Schauen wir uns das ganze Fundamentale an. Da sehen wir auch hier, die Umsätze gehen seit 2021 was hoch, bei 4 Milliarden. Jetzt zurück, jetzt sind wir bei 2,7 Milliarden, aber immerhin. EBDA hat man nie positiv gehabt. Wir hatten noch nie einen positiven Gewinn pro Aktie. Wir haben auch hier seit Jahren keinen positiven Free Cashflow. Das ist ein Alarmsignal, wenn ich mir die Stock-Based-Compensation anschaue, richtig brutal. Im letzten Geschäftsjahr minus 85,8 Milliarden Free Cashflow. Das zahlst du sozusagen als Aktionär, das ist ja dein Minus. Und nochmal 311 Millionen Stock-Based-Compensation auf deinen Nacken. Also so steht das Unternehmen da. Da würde ich dringend die Hände davon lassen. Und wenn wir uns mal anschauen hier, wir haben hier eine Cash-Situation von fast 700 Milliarden und Schulden von 1,5 und wir haben auch kein Positives Returning Capital employed. Ja, dann ein großer Highflyer war auch Teladoc, Telemedizin, Arzt Online. Da hat Himsen-Hörst Teladoc den Rang abgelaufen. Deutlich erfolgreicher und ja, du zahlst dir eine Abo-Gebühr für diese Arzt-Arzt-Betreuung. Der Drawdown war minus 98 Prozent. Das Unternehmen war eine Spitze 42 Milliarden wert, heute 1,2 Milliarden und eine Preissage-Ratio von 15,6 am Hoch. So, wir sind hier, dass trotzdem der Umsatz weiter gesteigert wurde im letzten Jahr um 8,13 Prozent. Beim EBDA sind wir positiv. Wir haben aber hier nicht wirklich einen positiven Gewinn pro Aktie generiert. Free Cashflow positiv, aber jetzt kommt's, schnall dich an. Jetzt nehme ich immer mal hinzu die Stock-Based Compensation, das heißt das, was die Vorstände und so weiter sich da schön auszahlen lassen oder auch Mitarbeiteraktienoptionen da rausgeht und in 2023 haben wir einen Free Cashflow für 193 Millionen generiert, aber der wurde komplett aufgebraucht durch Stock-Based Compensation-Höhe von 201 Millionen. Das heißt, dass du immer noch 5 Cent Free Cashflow draufgezahlt hast als Aktionär, denn du wirst ja hier wieder bei der Herausgabe von Aktien weiter verwässert. Da haben wir diese 1,93 Prozent, die hier an Optionen herausgegeben wurden. Was bedenklich ist, ist hier Cash 1,12 Milliarden, Schulden 1,5 Milliarden und hier sehen wir schon diese gewaltige Verwässerung bei den Aktien. Hier hat ein Kauf stattgefunden, der völlig sinnlos war, da wurden das Ganze mit Aktien bezahlt und ich traue dem Management auch sehr wenig zu. Ich selber halte tatsächlich Teladoc, ich habe allerdings auch nicht am hoch gekauft, ich habe, glaube ich, 18 Dollar oder so gekauft, bin jetzt nicht so brutal im Minus, ich gucke mir das mal an, kann mir wohl vorstellen, dass es da vielleicht einen Verkauf demnächst gibt an ein anderes Unternehmen. An der Börse sind sie jetzt 1,2 Milliarden wert, vielleicht steckt dafür andere Unternehmen einen Wert drin, den man durch einen Kauf durchaus heben kann. Wie gesagt, dem Management traue ich nicht zu, das Ruder hier auf mittlere Sicht rumzureißen. Wie schaut es bei dir aus? Hast du diese Unternehmen, wann hast du sie gekauft? Vielleicht am hoch, vielleicht auch jetzt, wenn sie unten liegen. Wie suchst du die Unternehmen? Wo siehst du Potenzial? Das wäre mal interessant, wenn wir uns da mal austauschen. Schreib es mal in die Kommentare und hier habe ich noch ein tolles Video für dich verlinkt. Viel Spaß dabei!